Inferno IM Discounter, Billigladen nicht mehr zu retten, 150 Feuerwehrmänner IM Einsatz Hagen, in einem Billigdiscounter im westfälischen Hagen ist ein Großbrand ausgebrochen. Schwer verletzt wurde dabei bisher niemand, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Drei Mitarbeiterinnen seien leicht verletzt worden, es gebe bei ihnen Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Außerdem seien die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser zur Sicherheit evakuiert worden. Bislang sei das Feuer aber nicht auf andere Gebäude übergegriffen. Die Feuerwehr war am Abend mit 150 Mann im Einsatz. Die Wellblechhalle, in dem sich der Discounter befindet, sei nicht mehr zu retten, sagte der Polizeisprecher. Es habe mehrere kleinere Verpuffungen gegeben, die vermutlich durch Gasflaschen verursacht worden seien. Die Bevölkerung im Umkreis sei gebeten worden, wegen des Rauchs die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Oberflaschen würde, die Wälder geht nicht weiter. Die Voraus-Türen In 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 Untertitelung des ZDF, 2020